Das darfst du mir dann auch hinter schicken. Ja, selbstverständlich. Also wir sind hier jetzt gerade bei der Honigernte und zwar möchte mein lieber Freund Ogun Waben frisch aus dem Bienenvolk haben. Zwei hat er sich jetzt schon gemobst. Ich habe ihn gefragt, ob er es selber rausholen möchte. Aber das möchte er dann doch nicht. Aber so schön sehen komplett verdeckelte Honigwaben aus. Ja. Da freut sich die ganze Familie. Genau. Und was wir machen? Wir fegen die Bienen halt vor das Flugloch. So werden die Bienen nur ein einziges Mal abgefegt und werden nicht so aggressiv. Würde ich die hier rein fegen, dann werden die mitunter mehrmals abgefegt und dann geht es rund. Hast du? Ja. Perfekt. Come on.